Wenn ihr mich auf Instagram folgt, habt ihr sicherlich diese Story gesehen. Jemand aufklären, warum gibt es diese beiden Vereine zweimal? Kann das sein, dass es das gleiche ist wie in Bulgarien mit ZSK Sofia und den anderen ZSK Sofia? Schaut es mal gerne in die Kommentare, würde ich gerade sagen. Keine Ahnung. Als ich ein bisschen in den ganzen nationalen Ligen durchgestöbert hatte, ist mir nicht nur aufgefallen, dass Legia Warschau fucking abstiegsgefährdet ist, sondern als ich in der rumänischen Liga auf der Tabelle geschaut habe, sind mir diese beiden Vereine aufgefallen. Der FC Universitata Craiova und der CS Universitata Craiova. Beide haben denselben Namen, beide haben dasselbe Club-Logo, beide haben die gleichen Vereinsfarben und wenn man sich intensiver mit den beiden Vereinen beschäftigt, sieht man auch, dass beide Clubs über die gleiche Vereinshistorie wie Fanszene verfügen. Warum die beiden Vereine getrennt sind, was es mit Korruption und Machtmissbrauch vom eigenen Fußballverband zu tun hat und wie Rumänien deshalb fast aus der FIFA geflogen ist, gibt es im heutigen Video. Also bleibt dran. Ein Blick in die Historie vom Club. Der Verein wurde 1948 als Sportverein, damals noch unter dem Namen CSU Craiova, gegründet. 1950 erfolgte eine Umbenennung in Stesia Craiova. Weitere Namensänderungen erfolgten in den Jahren 1966 in CS Universitata Craiova, in Anlehnung an die Universität Craiova sowie 1992 nach der Abfaltung der Fußballabteilung zum heutigen FC Universitata Craiova. Der südrumänische Traditionsverein wurde insgesamt viermal rumänischer Meister und insgesamt sechsmal rumänischer Pokalsieger. Der international größte Erfolg konnten die blau-weißen Rumänen 1982-83 im Europapokal feiern, wo man nur wegen der Auswärtstorregel nicht ins Europapokalfinale schaffte, sondern man konnte auf den Weg dahin den 1. FC Kaiserslautern mit 1 zu 0 aus dem Turnier kegeln. Die Saison 2010-2011 blieb als ziemlich turbulent in den Köpfen der Fans, denn rein sportlich lief es gar nicht so gut beim mehrfachen Meister. Obwohl man in der Saison 2009-2010 beinahe am internationalen Geschäft vorbeigeschrammt ist, stand der Verein eine Saison später mitten im Abstiegskampf. Gleich in derselben Saison verpflichtete man Viktor Peturka als neuen Manager. Genau diese Verpflichtung wird dem Klub zum Verhängnis, denn Viktor Peturka hatte sehr, sehr gute Beziehungen zum korrupten rumänischen Fußballverband. Als Peturka in derselben Saison, als er geholt wurde, mit dem Verein in die 2. rumänische Liga abgestiegen ist, wurde er von Krajowa als Manager entlassen. Dies ließ er nicht auf sich sitzen. Peturka nutzte seine guten Kontakte zum rumänischen Fußballverband, die den Verein plötzlich wegen diverser Regelverstöße bestraften. Am 20. Juli 2011 wurde der FC Universitata Krajowa vom rumänischen Fußballverband vorübergehend aus allen sportlichen Wettbewerben ausgeschossen, nachdem sie sich geweigert haben, ihre Klage gegen Viktor Peturka vor dem Zivilgericht zurückzuziehen. Der rumänische Fußballverband argumentierte den Ausschluss des FC Universitatea damit, dass es laut Verbandssatzung Artikel 57 soll dann vom Verband gelöst werden. Aber wenn der Verband korrupt als Fuck ist, dann hat der FCU Krajowa eben Pech gehabt. Es wurde noch nichts offiziell vom Gericht entschieden und der Verein hat eigentlich nichts gemacht, aber trotzdem wurde der Verein dann einfach aufgelöst und alle Spieler wurden entweder Free Agents oder sind zur Konkurrenz gewechselt. In Krajowa fand vorerst kein Profifußball mehr statt und die Fans waren absolut unzufrieden, genauso wie die Politik und sie haben offen Protest gezeigt. 2013 dachte sich die Stadt Krajowa, dass sie gerne wieder einen Profiverein haben wollen und gründeten den Verein neu. CSU Krajowa entstand. CSU Krajowa bekam direkt ein Startrecht in der zweiten rumänischen Fußballliga und stieg in der Gründungssaison direkt wieder in die erste Liga auf. Der neu gegründete Verein kam danach zweimal in die Europa League Qualifikation, wobei man dort knapp an RB Leipzig und AC Mailand scheiterte. Während der neu gegründete Klub CSU Krajowa in der ersten Liga kickt, wird gerade vor Gericht entschieden, ob der Ausschluss vom FCU Krajowa aus dem rumänischen Fußballverband überhaupt erlaubt war. 2016 wurde dann entschieden, dass der Ausschluss vom FC Universitat Thea Krajowa aus dem rumänischen Fußballverband rechtswidrig war. Der rumänische Verband und die rumänische Liga wurden wegen Korruption und Machtmissbrauch beide für eine Geldstrafe bis zu 240 Millionen Euro verdonnert. Auch wäre Rumänien auch fast aus der FIFA geschmissen worden, weil sie es ohne Rücksprache mit dem Weltfußballverband FIFA gehandelt haben. Nach dem Urteil wurde dem Verein versprochen, dass sie wieder in der zweiten Liga spielen dürfen. Aber dies lehnt der Verein ab, weil das Problem war, die alten Spieler, die sie damals hatten, haben sie nicht mehr. Also mussten sie von neu anfangen und sie haben keine Lust in der zweiten Liga gefickt zu werden. Also wollte man von null anfangen. 2017 gründete der Besitzer Atra Mititelou den Verein FC Universitat Thea Krajowa 1948 neu und baute ihn wieder von vorne auf. Nach mehreren Aufstiegen hintereinander hatte FCU Krajowa geschafft, 2020-21 wieder in die erste rumänische Liga aufzusteigen. Da ja aber noch der neue, neu gegründete CSU Krajowa in der ersten Liga spielt, gibt es jetzt zwei Vereine in der rumänischen Erstliga mit dem exakt gleichen Namen, Wappen wie Historie. Da beide Vereine die nahezu gleiche Fanbase hat, müssen die Fans sich entscheiden, welche der beiden Mannschaften sie bei einem Aufeinandertreffen supporten. Es ist zwar lustig, dass zwei exakt gleiche Fußballvereine in einer Liga spielen, allerdings ist dies zum Nachteil vieler Traditionsklubs in der rumänischen zweiten Liga. Denn diese beiden Vereine nehmen einen potenziellen Platz in der ersten rumänischen Liga weg, der da wäre, wenn nur ein blau-weißer Krajowa-Klub in der ersten Liga spielen würde und dadurch ein Platz für einen anderen Klub frei wäre. Es ist genauso wie die Diskussion von zweiten Mannschaften von Bundesligisten in der vierten oder dritten Liga. Diese nehmen auch einen verdienten Traditionsklub, wie zum Beispiel Rot-Weiß Essen, Preußen-Münster oder SSV-Ulm-Fußball in der dritten oder vierten Liga weg, der da wäre, wenn die U23-Teams eine eigene Liga hätten. Der CSU und der FC Ukrajova sind aber nicht die einzigen doppelten Vereine im Fußball. Zum Beispiel gibt es in Bulgarien einmal den CSK Sofia und den CSK 1948 Sofia. In der Ukraine den FC Metalis Sharqiu und den FC Metalis 1925 Sharqiu. Selbst in Rumänien gibt es einmal den FC Stehoa Bukarest und in der zweiten Liga den CSA Stehoa Bukarest. Sogar hier in Deutschland gibt es solche Vereine wie damals Chimie Leipzig und SG Sachsen-Leipzig oder heute der BSC Union Solingen und der OFC Union Solingen. Es gibt so viele solcher Vereine, wenn ich mich damit enger beschäftigen soll, dann könnte ich locker noch einige finden. Soll ich das machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das wäre wirklich ein interessantes Thema. Bei 100 Likes mache ich das vielleicht. Mal gucken. Sonst like gerne dieses Video, abonniert meinen Kanal. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Recherche gekostet, denn dazu gibt es jetzt nicht so viele deutsche Informationen. Deswegen habe ich ein bisschen rumänische Quellen und englische Quellen nachgeguckt. Und natürlich sind diese Quellen dann auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Gibt dem Video eine Bewertung, einen Daumen nach oben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Verein würdet ihr supporten? CSU oder FC Ukrajova? Das interessiert mich mal sehr. Das war es im Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.